Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass man die Anzahl der Möglichkeiten bei unabhängigen Entscheidungen mittels Multiplikation geschickt abzählen kann. Im vorigen Video haben wir das zum Beispiel oft verwendet, aber auch in vielen anderen in diesem Videolernzyklus. Eine weitere Sache solltest du bereits wissen und zwar, dass es einen Unterschied macht, ob man Mehrfachauswahl zulässt oder nicht. Dein Ziel für dieses Video ist, dass du die Anzahl möglicher Konstellationen in einem Viererkajak berechnen kannst, wenn sieben Ruderer zur Auswahl stehen. Schauen wir uns die Problemstellung genauer an. Aus einem Team von sieben Personen sollen vier Personen für einen Viererkajak ausgewählt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn die Sitzreihenfolge im Kajak wesentlich ist? Also gut, berechne die Anzahl der Möglichkeiten. Nimm dir dafür kurz Zeit, posiere kurz das Video und wir sprechen dann noch über das Ergebnis. Na gut, gehen wir wieder Schritt für Schritt vor. Wobei, das hätte ich vielleicht vorher noch dazu sagen können, als kleinen Tipp, die Aufgabe C aus dem vorigen Video ist hier jetzt sehr hilfreich. Denn, was ist zu beachten? Für die allererste Position im Viererkajak haben wir sieben Möglichkeiten, weil es stehen sieben Personen zur Auswahl. Unabhängig davon, wen wir jetzt da in die erste Position setzen, haben wir jetzt für die zweite Position trotzdem nur noch sechs Möglichkeiten, weil einer sitzt ja schon im Kajak. Das bedeutet, wir haben dann, wie schon erwähnt, sechs Möglichkeiten für die zweite Position, für die dritte dann nur noch fünf und für die vierte genau vier. Wir können hier jetzt doch noch einmal üben, wie wir das mit Faktoriellen anschreiben können. Also wieder mit sieben Faktorielle beginnen und uns dann überlegen, wo müssen wir abschneiden, damit genau das dabei rauskommt. Naja, genau nach dem Vierer, also sieben Faktorielle durch drei Faktorielle ergibt genau das. Und in Zahlen, die man sich ein bisschen besser vorstellen kann, kommt dabei 840 heraus. Also es gibt 840 Möglichkeiten, so ein Team fürs Viererkajak zusammenzustellen, wobei es eben darauf ankommt, wer wo im Kajak sitzt.